Moin moin Leute und willkommen zu einem kleinen Mini-Part von einem sehr sehr geilen Spiel, und zwar von Link's Awakening. Und das hier, was ihr gerade seht, ist das Remake davon, wurde erstellt mit dem RPG Maker 2003, ist schon seit zwei Jahren oder drei Jahren draußen. Allerdings geht das ganze Spiel nur bis zum ersten Boss. Nach dem ersten Boss, wenn man das erste Instrument einsammelt, ist die Demo vorbei und dann kommen die Credits und Abspannen. Und eigentlich hat das Spiel, also der Part jetzt hier zumindest, einen richtigen Live-Kommentar von mir, aber ich ging die ganze Zeit davon aus, dass das ein komplettes Spiel ist, weil ich das komplett jetzt playen wollte, aber da das halt nicht so der Fall war, musste ich jetzt neu aufnehmen, den Kommentar, und kann euch nur sagen, viel Spaß bei der Demo, von dem Remake hier. Und, ja, viel Spaß damit. Tschüss! Und, ja, viel Spaß damit. Und, ja, viel Spaß damit. Und, ja, viel Spaß damit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020